Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Challenge-Folge mit Paddy Guten Tag! Ja, und heute haben wir natürlich wie... Wie jedes Mal noch richtig schicke Challenge am Start Und ja, wie immer wird euch auch der Paddy diesmal darüber aufklären Ja, und zwar spielen wir die F5-Challenge oder GTA-Perspektive-Challenge Und das heißt, wir dürfen einfach nur in der ersten F5-Sicht spielen Und ja, wir dürfen halt alle einen nutzen und alles andere Aber wir dürfen halt nur in der Perspektive spielen Das könnte ziemlich schwer werden, könnte auch leicht werden Kommt drauf an, wie die Gegner sind Das ist sehr wichtig Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob ich Hits kriege oder nicht, aber... Ja, ist halt echt so, das ist echt schwer Warte mal Oh, da kam der Double-Hit, mein Lieber Gotti, nein, nein Ich habe keine Blocks mehr, sonst will ich zu rot rennen Da war schon wieder ein Loch Och, das ist ja sogar eine Treppe, perfekt Ich komme zu rot Gönn dir, gönn dir, gönn dir Nein, ich bin runtergelaufen, ich dachte, der Kerl gibt mir einen Hit Wir dürfen alle Items benutzen, ne Weil gerade haben wir uns die Challenge aufgenommen, das mit dem Oni-Blocks Und ich denke die ganze Zeit, dass ich nur Blöcke kaufen darf, weil das ist irgendwie... Ja, ist halt echt jetzt Ist halt echt ungewohnt jetzt Und ja, wir nehmen gleich die ganze Sache auch nochmal für Paddy auf, also schaut auch bei ihm vorbei Erster Link Und in der Beschreibung Oh Gott Zum Glück kriege ich keinen Lockback Aber Junge, ich bin jetzt gerade einmal aus Versehen in die normale Sicht geswitcht Ich habe gerade schon zu Paddy gesagt, das ist einfach so Angewohnheit von mir, dass ich just for fun immer so die Perspektiven switche Mach ich aber auch immer so, wenn du z.B. siehst, wer hinter dir ist und so Ja, ja, aber auch wenn ich gerade einfach mal wieder meine ADHS Anfälle habe und gerade richtig Bock habe, einfach nur immer die Tasten zu drücken Dann drücke ich immer die AD5-Taste Da feck hättest du nicht, Mann, die ADHS Anfälle Ich kann nicht einschätzen, ob ich den kriegen könnte Warte mal Er springt Okay, hab ihn auf jeden Fall nicht getroffen Doch, doch, du hast ihn noch bekommen Echt? Ja Als ob, lol, lol Okay, denn da der Paddy ja gerade so wundervoll grün fegt Richtig erotisch Ja, scheiß, Simon Ich kann das Brett nicht anaimen Das Brett ist von Hä? Ja? Hä? Ja? Hä? Irgendwie das Brett ist einfach weggepackt, ohne dass ich was gemacht habe Irgendwie war das ein bisschen komisch Oh mein Gott, mein Ame ist ja sogar echt göttlich damit Hast du gerade den Hit gesehen? Naja, so halbwegs Ja, ich nenne das halt einfach mal immer Invis Oh mein Gott Ich kann brizeln Was? Im F5 gebrizelt, Mann, ich kann einfach normal gar nicht brizeln Und dann brizel ich jetzt hier einfach so im F5 Modus erstmal zu den Gegnern Nice Hacks Ich sollte einfach immer im F5 spielen Oh mein Gott Ey, wie kann man denn im F5 schon brizeln, Mann, wie geht das? Ey, das musst du in der Aufnahme sehen Junge Fuck, war das OP Sorry, aber das ist einfach so Okay, das ist jetzt Das ist gerade echt unlegit Was ich gerade im F5 Modus sauber Ich glaube Autoklicker war noch an Ey, Junge Ich hab einfach zu oft schon im F5 Modus so Das vor Fun gespielt, ernsthaft Junge war das Oh Alter Gott sei das geil aus Ich denk mir so nix böses Okay, auf welches Team gehen wir jetzt? Ja, gibt nur noch ein Team Ja, aber es lebt halt noch einer, ne? Von Blau War das nicht dein Ernst, oder? Ich seh die ganzen Löcher nicht Naja Das wird im späteren Leben noch schwer für dich Oh, Blau kommt! Blau kommt! Blau kommt! Knappes Ding, Digger Knappe Kiste Digger, Digger Das peinliche ist, ich bin im F5 echt besser Ja, spielhalts, das hier ist im F5 Modus Digger Oh mein Gott Die haben Bogen, Kotti Die haben Bogen, auch wie erotisch Wir dürfen aber auch Bogen machen, ne? Ja, 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 boah, ich bin immer noch in dem Modus, ey Ich hab keine Picke, weil ich die Dingeste Challenge-Spiele Aber der ist richtig schlechte PvP, LOL LOL Hüpfer kommen, nein Ich bin halt nicht full Hops Du bist Engbott I know Junge, Alter Das ist echt peinlich, dass ich im F5 nicht so scheiße bin Hab den Bogen down Und hab mich selber gespeaved Ok Jetzt haben wir ab, den kriegen wir Digger, ich kann einfach im F5 Boah Ich komm da nicht drüber weg, Alter Juhu, ok Leute Alter Alter Die ging richtig klar die Runde Ok, wie gesagt, schaut beim Paddy vorbei Erster Link in der Beschreibung Schreibt uns Kommentare in die Challenges Schon wieder Kommentare Kommentare in die Challenges Ja Challenges in die Kommentare Und ja, lass den Like da Hast du noch was zu sagen, mein Lieber? Ja Ja, wie immer, ne? Beim B Ja, wir werden mit dem As bien